So, heute machen wir das Carved Horn, eine Alternative des Raven Tusk, also eine Alternative zu Kosench, ist das zweite Alternate neben dem Fairy Polen, was den Engel beschwört, gecraftet das Rezept seht ihr, 85% Base Chance, also 8 Luck Potions, craften wir mal, ja 6 hätten gereicht, höre ich gerade aus dem Hintergrund, Nobody Cares, da haben wir das Carved Horn, Summon, jetzt haben wir Rocks, das Solar Guardian, gibt 40 Mille, genauso wie auch der Engel oder Kosench, hat 55 Milliarden HP, genauso wie Engel oder Kosench, wir starten wieder rein mit einem kastrierten Deck, damit wir mal die kompletten 10 Runden sehen, wir sehen 4 Ads, davon haben 2 Ads, Defender und Fortitude, Defender ist das Schild, Fortitude ist dieser blaue Ball, der Main Boss hat auch eine Fortitude, was es ultra charmant macht und die anderen 2, bei mir jetzt die hinteren Ads haben Sneak, so, die Defender Ads, wie ihr seht, haben ein 4-Fach-Hit, das ist total charmant, damit rotzen sie euch quasi alles weg, was ihr da hinstellt, mal gucken, was unser kastriertes Vollme-Deck mit denen macht, 3, 4 und Vollme ist instant weg, ja, wir spielen dieses Deck off-Week, das war ein völliger Fail.